Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Headset Sniper Let's Play Yeah, Sanji freut sich auch Ähm, genau, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, The War Where The Demon Lurks, 4 Weiße Gott, das können wir gleich besorgen No problemo Mo Senor Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch oder Italienisch oder irgendwas Ähm Yeah, Mr. Chef No Genau Ach, die wollten wir noch sammeln, genau Dreimal Adventure Fish Das könnten wir schnell erledigen Relativ schnell Enhancement Könnten wir uns noch holen Why not Und hier müssen wir auch noch Fische fangen Also ist dieses Enhancement definitiv nötig Dafür brauchen wir nur einen Twisted Tree Den kriegen wir am Strand Glaube ich Und einen Bone Den kriegen wir auch am Strand Ähm Und hier To Combat Heat Okay Stimmt Da brauchen wir Ähm Nicht Special Medicine Sondern Ähm Das hier, oder? Müssten wir eigentlich Ähm Oder was? Na, das war das hier genau Ein Tai Heat Cream Die kriegen wir In den Ruinen Oh Es gibt viel zu tun Es gibt viel zu tun Ah, wir machen Wir machen das schon Okay, was wollte ich jetzt? A light Licht, genau Ja Convert Licht Das hier ist ganz gut Davon sehen wir eh genug Vier Wie viel brauchen wir sechs Stück, glaube ich? Ähm Ja gut Können wir auch relativ schnell Ich glaube wir haben nur vier gebraucht Egal Okay Dann brauchen wir noch Die verschiedenen Käfer Ähm Motte wäre ganz gut Ähm Adventure Fish Twisted Tree Ja Einiges Einiges Das sollten wir auch mal Noch ein paar machen Einfach falls wir wieder Auf einen Boss treffen Und der ein bisschen heftiger wird Kann ja nie schaden Okay Los geht's Gut Dann machen wir uns mal auf Und zwar Mau Sorry Land to heaven Genau Ja, da oben gibt es ja auch noch Äh, äh Angler Spots Ich glaube da kriegen wir auch ganz gut Die Adventure Fish her Deswegen Ich hoffe ich mache heute wieder mal Sinn Mit meinem Plan Oh cool Juhu Steel Stone Naja gut Nicht nötig Überhaupt nicht nötig Eine Schatztruhe weiß ich auch noch Aber das Item brauche ich jetzt auch gerade nicht Also Why should I care Gut Ähm Das war jetzt nicht unbedingt der beste Eingang Aber egal Wir können uns ja schnell durchmogeln Wir müssen nämlich Wir müssen nämlich Hier unten runter Und dann Dahin Hallo Ciao Genau Diese Dinger hier sammeln wir auch gleich ein Bam 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 So Nein Nein Too many items Ach verdammt Wischen wir das so viel Ne gut Das mal weg machen Und das Ach stimmt Wir waren ja erst Äh Angeln Deswegen haben wir so viele Sachen Und das noch Bam Sehr gut Andere Seite noch Bam 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 Aber Schwitter Moment Nein Jetzt passt Okay Weiter runter Yeah Ähm Genau Jetzt gehen wir da hoch Hopp Los Sanji Boing Ah das reicht nicht Mischt Hopp Aber So passt Äh Hier waren keine Äh keine Gegner Hopp Runter Und Hier waren Gegner Aber die Interessieren uns gerade wenig Hallo Hopp Runter da Genau Ich hoffe ich laufe Ungefähr Zumindest richtig Äh Da hoch Können wir gehen Auch wieder Gegner Ja Da gehe ich da runter Ich weiß nicht ob ich gerade richtig laufe Aber es sieht gut aus Jupp Da wollte ich hin Äh Jetzt war es glaube ich Glaube ich glaube ich Dahin Äh Das wird schwer Dahin Ah Das war ein Gegner Ich habe mich gerade gewundert was das ist Hallo So Explodier bitte Bam 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 Ganz viel Nutzlose Items Und hier runter Äh Genau Jetzt sind wir auf der anderen Seite Dann gehen wir da hin Jetzt müssten wir Exaktement Perfekt Genau Genau Wir brauchen nämlich den da noch Ich bin gerade etwas planlos Aber Es klappt irgendwie Iiiiih Ah Die Ärsche Die Ärsche Ihr scheiß Pflanzen Los Sanji Mach sie fertig Bam 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 So Mano der schöne Schmärderling Den habe ich gebraucht Damit Das brauchen wir alles nicht Egal wenn wir noch Platz Gut Hier kriegen wir Ja Nichts Weil es runterfällt Okay Da ist ein Dreieck Ein Dreieck Äh Dann angeln wir hier mal Los Sanji Und Ah Einziehen Go 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 Zieh Sanji Ah Shit Ja Hier wird es langsam schwerer Deswegen ist es auch Durchaus mal an der Zeit Die Die Erweiterung Fürs Fischen zu kaufen Oh Fug Das war schnell So Go Los Hallo Ah So Wow Das war Ein ordentlicher Zug Am Anfang So schein es zu gehen Wow Ach ich glaube ich darf es nicht In die Nähe vom Wasserfall machen Wäre zumindest logisch Denkbar Ja Ach so Dann versuche ich es mal Nach links zu ziehen Okay Hier kriegen wir nichts Ohne das Inhancement Oder zumindest nur sehr schwer Oh Haha Äh Da hinten ging es auch noch irgendwas Was war nah Hallo Nichts Nothing to do hier Okay Nur gehört Dann gehen wir hier weiter runter Hopp Ähm Mischt Das war glaube ich Oh nein das war gut Boah Boah Bäm 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 Los Bäm 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 Ah Das war es mit Sanji Bäm 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 Okay dann Luf Äh Was ab Und Bäm 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 Und Bäm 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 Hau ab Au Los fliegt runter Wow Die sind sehr stark Stark und gefährlich Los 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 Aufladen Und Bäm Aua Das hat wie Bäm 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 Oh 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 Das wird knapp für uns Und schön Lissop Bap 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 Ja ja ich weiß Ich mag es immer noch Die Charaktere mit Ihren deutschen Und englischen Und japanischen Namen Anzusprechen Da kommt bei mir alles dran Bäm 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 Und sowieso komisch Dass man die Charaktere umbenennt Ja wahrscheinlich Also bei Lissop kann ich mir vorstellen Dass er umbenannt wurde Weil Äh Usop Natürlich Ein Wortspiel aus Usop Also ähm Lügen Oder du lügst In japanisch Sein soll Und das kommt im deutschen Natürlich nicht so rüber Hm Aber Wieso Luffy unbedingt Ruffy heißt im deutschen Ich meine ist klar Im japanischen gibt es Keine Unterscheidung Keine Unterscheidung Zwischen L und R Los Lissop Äh Luffy Was sag ich denn da Yeah Und gleich mal So Bäm Gommo gommo no Giant Pistol Bäm Das ist schon mal ordentlich So und gleich nochmal Um das Maximum rauszuholen Bäm 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 Wollt grad sagen Das lass ich nicht zu Aber okay dann lasse ich es halt zu aber die sind beides die stärksten ich liebe ja japanisch ich hatte auch mal ein semester japanisch an unserer hochschule also ziemlich cool außerdem hatte unsere japanisch lehrerin ein der witzigsten ja sagen wir mal einwanderer namen den ich so kenne die ist nämlich assada stölzle weiß ich ob es für jeden so witzig war aber ich fand zumindest damals ziemlich witzig ich würde mal sagen hier geht es weiter wie wir die früchte da bekommen weiß ich immer noch nicht vielleicht sind sie auch noch zur deko korn auch sein perfekt hier können wir nein robin nicht angeln eigentlich wollte ich eher das ausrichten ja sehr schön da können wir nämlich später hoch oder hier runter ich weiß immer noch nicht wie man das kriegt weil wir hier nicht runter los fange fange nein keine ahnung wie das funktioniert falls jemand von euch weiß der kann es gerne in die kommentare schreiben wo geht es hier hoch ihr seid kleine wichter mit euch befasse ich mich nicht gar nicht so lange das sieht ja cool aus angeln ich glaube hier haben wir das selbe problem wie vorher dass uns die fische einfach ohne chance entwischen ja dachte ich mir schon dachte ich mir schon da oben ist wieder ein 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 fabulous schmetterling aber ob wir den bekommen erstmal kurz schauen ja das ist natürlich schlecht erstmal müssen wir noch die nötigen der nötige platz freiräumen das ding hat nämlich definitiv sein platz hier verdient so das passt es 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 Vielen Dank.